2011, das Ruderfest steht fünf Wochen vor der Tür. Die Spannung steigt, wir haben Arbeit ohne Ende und freuen uns sehr auf diesen tollen Event. Was haben wir besser oder mehr in diesem Jahr? Wir beginnen am 2.6. mit dem Red Bull Ready to Row, was ein Staffelrennen mit absolut Top-Rudern der Welt in 1er, 2er, 4er und 8er darstellt, was sicherlich eine vollkommen neue Art des Ruderns präsentieren wird. Wir gehen weiter am 3.6. mit der Corporate Regatta und am Nachmittag mit der Frankfurter Schul- und Uniregatta. Am Samstag, den 4.6., schon fast traditionell im zweiten Jahr. Die Ruder-Bundesliga, Fly-Alarm-Ruder-Bundesliga wird dann am Samstag über die Bühne gehen, sicherlich wieder mit ganz, ganz spannenden Rennen. Und am Sonntag wird abschließend Rudern gegen Krebs und das Stuck Race des Lions Club Frankfurt City sein. Wir freuen uns auf gutes Wetter, auf ganz, ganz viele Zuschauer und auf viel Spaß mit dem Rudern in Frankfurt. und am Sonntag wird abschließend Rudern gegen Krebs und die Bühne gehen,